Moin moin Leute, willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Trouble in Terroristown. Heute dabei Dalu, Tau Tau, der Klebotsdamer, der Goro, der Nefi und der Maxi und meine Wigkeit. Was werden hier für solche Geräusche gemacht? Fisk ist für mich traurig heute. Fisk ist traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin sicher zu erzählen. Nicht so viele Leute da sind. Das hier kann nur Goro's Arbeitsplatz sein, wo drei Anspitzen stehen. Das, was gerade passiert ist, ist, glaube ich, in noch nie einer TTT-Aufnahme weltweit passiert. Und wird's auch nie wieder passieren. Allein die Kombination, die ist noch nie da gewesen. Also, das ist ja auch schon. Willst du es nicht erzählen? Das kann man nicht erzählen. Das glaubt eh keine Lautsdruck. So unrealistisch. Ey, hier, wer ist das? Goro, guck mal, was ich mach für einen Quatsch. Wir wissen ja, dass es war ein Business. Das war dein kleine grüne Kaktus. Der Lightshaber kommt von dem Peatsmeet-Server. Ey, die haben uns wieder was angehangen. Ey, was ist das hier für ein Spiel? Oh Gott, wer bist du? Ey, was ist der Stress? Hier läuft jemand ganz entgegen mich. Dann musst du im Einten raus. Nein, hier läuft jemand entgegen mich. Au. Guck fly, guck fly. Au, 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 au. Wie willst du? Das Maul? Hallo, hallo. Hallo. Der Kato will ja das Maul-Goro. Komm her. Alles klar. Geht das auf? Das hier geht auf. Er wollte dich hauen, Goro. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Ich haue ihn jetzt. Ja. Wie kommt man denn raus auf die Terrasse? Da geht es nämlich nur so einen Weg nach draußen. Wie, Terrasse? Ich kriege Tautau nicht gehauen. Er hat einen Heldraus, glaube ich. Ein Traitor's Heldball. Das ist... Hey. Oh. Das ist so glücklich, ey. Das war Mai, aber... Oh, Maxi. Wenn du hier aus dem Fenster guckst, da ist noch ein... Guck da draußen. Da liegen auch noch Waffen. Ey, Tautau, jetzt sind wir nicht quitt. Och, du hast mir auch 80 kaut. Mach dich fertig, Tautau. Du musst einfach so wie im Airbus langdurch rauchlauen. Fertig. Mein kleiner, grüner Kaktus. Tü, 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 tü. Tautau. Oh, sorry, 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 sorry. Nein, nein, nein. Doch, ich wollte die Waffe wechseln. Er war Goro, der hat ja rückend geschossen. Als ob du die Waffen... Nein, ohne Wiss, ohne Wiss. So oft wechseln wir auch so oft von der Sword of Wax. Weil die so schlecht ist. Es war ärgerlich, dass das kein One-Shot war. Dann hätte es wieder keiner gemerkt. So schnell wie ich sorry gesagt habe, dann konnte ich das nicht wieder auf sich gemacht haben. Weil du gesehen hast, dass ich gelebt habe. Gelebt hat er gelebt. Er wollte die Waffe wechseln mit einer Sword of Wax. Das ist doch Quatsch. Eins, zwei, drei. Ey, was ist denn jetzt auf mich? Ich habe nicht geschossen. Hier ist eine Bombe. Ey, Tautau. Schildkröten. Tautau hat Schildkröten an mir geworfen. Vorsicht! Oh Gott! Ah, da sind Schildkröten, Schildkröten! Maxi, Schildkröten! Goro! Goro! Schildkröten, Maxi! Selber Goro. Oh mein Gott, der explodiert doch immer. Der kann auch nichts. Lauf, lauf, lauf! Ich habe Goro getötet. Ahaha, er ist wirklich explodiert. Hat er wieder zu heiß Chili gegessen? Wo ist Tautau? Tautau ist der Letzte wahrscheinlich. Oder ist Tautau auch Tore? Nee. Tautau hat die Dinger alle weggeworfen. Oder Fist mit dem Baby. Ja. War schon lange tot? Ja, also Nephi, das ist ja echt das Letzte wieder. Das hat Nephi gestern auch schon gemacht. Oh mein Gott, das ist Nephi. Nephi redet immer seit neuestem. Die Runde läuft ja müh. Ich bin heute langsam. So schrecklich bei Nephi in letzter Zeit. Ich bin wie mein Internet heute. Deswegen spielt auch keiner mehr mit, ey. Scheiße! Genau. Kein Wunder. Früher waren wir 18 Leute, ey. Das war knapp, ey. Dein Höschen ist knapp. Seit wann sind wir denn tot? Ich muss mal kurz den jetzt anbinden. Oh, Alter. Komm, das Büro ist doch nicht so groß. Bist ich. Ah, da gehst du. Das ist das scheiß Fetste. Lol. Boah. Scheiße. Hä, was hat er gemacht? Dachte er, ich bin das? Er wollte sich nicht. Ich dachte es wäre es. Er ist gegen den Spiegel gespürt. Ich dachte, er kann es mal durchschlagen. Ich dachte, er hat gegen sein Spiegelbild gekämpft. Und das habe ich auch. Hat er, ey. Er hat die Crowbe geworfen. Da ist er! Friends, ich habe die Schildkröten zu dir gezogen und nicht... Ah, okay. Ich dachte, dass sie hinter mir her geworden sind. Ich habe dich wirklich außer Ding getroffen. Lass doch eher noch auf, ey. Deswegen habe ich erst mal... Wenn das nicht mit Absicht war, bin ich, habe nächste Folge die nächsten drei Monate nicht mehr dabei. Und stream. Wir brauchen Kunran wieder. Wie lange zieht der Noben hier? Wie lange zieht der Noben hier? Dann sind wir zu acht. Dauert halt mal nicht mehr, wenn man sich umzieht. Ja, wenn Gohle nicht mehr dabei ist dafür... Come on and slam! Wenn ich nicht mehr dabei bin, wer ist denn dann dabei überhaupt noch? Das Sofa zum Gaming-Fest. Ey, Alter! Fisk hat mich gehauen. Ab, ich habe ihn gehauen. Oh, sorry, da muss ich mal die Waffe wechseln. 71! Boah, Alter. Wird dann eh was reingeworfen. Ach, ne Dose. Ja, es ist Fisk an der Wand. Kann man ihn da unten machen? NICHTS am Shop! Ne, vielleicht ist es wieder im Traitor-Raum. Oh, hier wurde noch jemand gemessert. Gibt es hier einen Traitor-Raum? Hier wurde noch jemand gemessert. Oder nicht. Hier wurde nix gemessert. Hier wurde nix gemessert. Hier gibt es einen Traitor-Raum? Ich weiß nicht. Ich hatte eben keinen gesehen. Wachen Sie hier, klabotzer Mann. Ich wohne hier. Okay. In den Lüftungskissen. Nils und Kunran, der bald wieder dabei ist. Du hast nicht gefragt, ob es einen Traitor-Raum gibt. Ne. Ey, ich bin hier. Warum ich? Ich war doch hier einmal Traitor-Raum. Ah! Ja, du weißt doch immer, wo die Traitor-Raum sind. Ja, woher soll ich denn das wissen? Du informierst dich doch immer vorher, was für Maps wir spielen. Ja, echt? Ja, natürlich. Seht doch immer fest. Ja. Damit man auch die Waypoints ablaufen kann. Die Waypoints. Ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Die Map ist aber eigentlich ganz cool. Ja. Für so wenig Leute. Ja, das ist ganz cool, ja. Kann sich wieder keiner merken, wie die heißen. Wie heißt die denn? Goro führt doch Schrift, oder nicht? Warte mal. Hab ich schon vergessen. Wie heißen die denn? Drück doch kurz Tab da, du. Ich könnte in die Konsole gucken, aber dann würde ich mehr sehen als ihr. Echt? Worte denn überhaupt schon Schaden gemacht? Obwohl dann kannst du sehen, ob Fisk der Traitor ist. Ne, ne, wir können nicht in die Konsole gucken. Aha! Ah, ich wurde angeschossen hier! Was geht denn? Aha! Kann nur Fisk gewesen sein. MacFly hat sich, glaube ich, teleportiert. Ach, da, du Dreckiger. Oh, Granate hinter mir. Ich glaube, MacFly hat ein Friendship in der Hand gehabt. Camp Granada. Oh, der war schlecht. Ich glaube, ne, wir brauchen eine Brille. Au! Oh, du hast dich voll hochge... Ah, siehste? Siehste? Siehste, siehste? Gib die auf, die Pistole da. Was soll ich auf? Die Pistole? Mit E. Nein, gib die mal! Oh! 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 Na, Poro wir starten, Dalu! Auf mich, Alter! Guck mal, Daluen kannst du die Pistole nicht aufheben, Leute! Ich hab die nicht aufgenommen. Oh-oh! Ja, genau! Weil du nicht gewusst sind! Ja... Ich bins! Obwohl, das war kein Friendship. Oh, ich wollte's grad sagen. Ich wollte grad sagen, ey. Jetzt, das ist, das eigentlich auch... Ich habe das egal, nicht zu sagen, ey, ey. Das war leer. Ich hab Korow noch mal. Ah. du hackleisengoutig. Have sie? Oh, worauf mal. Ich glaube, Korow hat hier grad eine Mikrowelle hingeworfen. Oh, der Boxt er hat geschossen. Oh, Goro ist es! Ja, Goro hat auch die Mikrowelle hierhin geworfen. Du konntest ihn wirklich nicht anbieten. Hier hinter dir, Dalu! Wo ist der Gauner? Ist die Mikrowelle weg, weg? Weg, weg, weg! Quick, quick! Ist auf Goro läuft. Goro läuft nicht rum. Ne, bei dem Scoreboard ist er bei mir nicht konfirmt, deswegen. Goro läuft nicht mehr. Dalu, okay, Dalu sarmt dich. Aha, okay. Dalu ist ein Doppelgänger von Goro. Hier liegt doch noch ne Leiche. Wtf Tau Tau! Tau Tau! Nee, Dalu läuft jetzt Tau Tau rum. Ja, ich wollte grad sagen, Dalu läuft jetzt Tau Tau rum. Tau Tau schießt. Hier liegt noch ne Mikro, Alter. Pisk war hier grad die ganze Zeit drin und hast über die Regale gehüpfen. Hier hat einer noch ne Mikro gelegt gehabt. Aber man sieht noch, dass du Dete bist, Dalu. Was? Man sieht nur deinen Namen und dass du dann trotzdem Dete bist. Na? Das macht mir Angst. Warte mal, Tau Tau war bei Dalu. Ja, McFly und Fisk, ihr könnt euch duellieren. Fisk! Ah, es ist Fisk, ja. Natürlich. Gott, jetzt ist die scheiß Waffe leer, ey. Meine. Da muss er mal laden. Die beiden Noobs schon wieder. Wieso läuft denn keiner über die scheiß Mikro, ey? Ja, weil ich die gesehen hab und abgeschossen hab. Ganz einfach. Mikro kannst du hier vergessen. Nee, wir haben keine andere Mikro auf der Seite. Doch, es gibt eine. Es gibt eine Mikro. Ich hab die dreimal damit abgeschmissen. Ja, schlecht Fisk. Es ist noch Suppe da, Fisk. Hello. Keine Suppe für dich. Die Suppe ist aus. Mhm. Ah, ich wollte doch eine coole Waffe machen. Ich just came. Wie? Die Waffen sind auch raus. War die Basegang eigentlich jemanden erwischt? Nee. Du hast hier auf mich volle Kanne, ne? Ja, volle Kanne auf dich. Das war nicht nett. Wie man sagt, volle Kanne mit so einer Orvitalwaffe. Jaja, 20 Uhr, ne? Ich hab kein Bild an. Ich hab vorher schon gegessen, heute. Ja. Was denn? Lebt denn der alte Goro noch. Hat gleich einer geschossen. Musste heute nur was aufwärmen. Ich dachte, das kann ich auch Futter aufwärmen. Tautau. Was war das denn? Das war so ein Eintopf. Hä? Meine Rundenzeit ist auf Null. Ist das nochmal? Ah, da bist du Trader. Ja, Trader Bug. Confirmed. Frei zum Abschluss. Selbst confirmed. Nephi hat hier ne Fake-Waschmaschine gelegt. Fake-Waschmaschine! Und das ist doch voll auffällig. Ja, klar. Was ist die Kasse? Sports, du meinst. Nee, die Tasse, die man aufsammeln kann, kann man nicht. Ist das hier die richtige Tasse? Ey, das wär voll komisch, wenn alle von den Ruckersetzen zum Arsch kopieren. Als Tassesport. Das wär voll gemein. Ich würd gern meinen Penis kopieren, aber da passt das nicht aus. Oh! Ist nicht Breitbild, ne? Da ist einer gestorben. Und Grants macht nix. Ja, da ist auch ne Explosion. Ja, dann mach doch jetzt jemand. Da geh ich doch nicht rein, ey. Warte mal, DNA-Test dran. Ja, kriegst du auch mal. Ja, es war eine Explosion. Keine DNA-Test. Ja, es war eine Explosion. Ich hör die gar nicht. Oh Gott, wo geht's runter? Wo? Die ging wieder auf mich. War die in der Mitte? Ah, ist einer gestorben, auf jeden Fall daran. Nee, nicht Goro. Wer ist kein Lied hier hinten denn? Hallo? Ach, das bist du. Ich hoffe, Goro ist du das. Ja, Tautau könnte es gewesen sein. Hey. Was? Tautau ist es! Das ist bestimmt Goro, ne? Was soll das denn sein? Oh! Der ist tot. Wer ist das andere? Oh, was? Maxi! Maxi! Der kleine Maxi! 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 Warum hast du mich dann hinten im Raum nicht schlafen gemacht? Ja, ich bin am Friendship gestorben. Weil du dich gerade umgedreht hattest. Das hast du dich nicht umgedreht, das hätt ich nicht gemacht. Du warst als erstes tot, wo ich ne Micro-Wave. Woher willst du das wissen? Ich hab da ne leichte... Micro-Wave. Woher willst du wissen, dass der erste tot war? Haben wir doch confirmed. Ja, aber nur weil die anderen Leichen nicht confirmed wurden. Als ich tot war, konnte ich ja sehen, wer tot war. Die haben wir ja wiederbelebt. Früher tot als tot. So ist Grant's nicht, der kauft nämlich das Fade. Richtig. Tschüss. Das sind coole Bilder an der Wand hier. Sniping. Feel like a player without actual joining the game. Ja, da ist ne Mikro. Das hat Nefi da ausgedreht. Dadurch, dass so wenig Leute dabei sind, können wir die Leute einfach... Hör doch mal zu, wir können doch die Leute einfach connecten lassen. Wir hätten das machen können. Nein. Goro, jetzt knall doch mal der Arme ab. Ja, alles klar. Pabu! Ey, Maxi! Maxi hat gerade direkt! Hä? Ja, die Mikro auch nicht. Direkt! 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 Maxi! Du merkst schon, dass hier einen Klabotzer auch nehmen, die einen rumtanzen werden. Vor allem mit einem Magneto-Stick in der Hand. Klabotzer wird sowas nie machen. Hattest du ein Messer in der Hand, Goro? Ich habe einen Nachhinein. Mach ihn fertig! Stech ihn ab! Stech ihn ab! Oh, es ist Goro! Aus der Mitte, aus der Mitte. In der Mitte, in der Mitte. In der Mitte, in der Mitte. Los! Ich hab ihn! Danke, Arlo. Danke! Pro-Team! Was war das denn? Dalo hat halt eigentlich nur so rei geworfen. Ich wollte, ich genau, Goro stand ganz hin. Und alle sind ausgegeben. Das geht nicht, habe ich auch schon probiert. Ja, ich weiß. Und ich denk so, hä, wer hat mich da jetzt umgebracht? Ich wollte McFly den Rücken schreien, der ist nach rechts gegangen. Ich dachte, ja, okay, fisk dann wenigstens. Der ist nach links gegangen und dann kam Govo. Denkst du, bist safe, keine Chance. Und warum wurde ich getötet? Ich hab einen Traitor gekippt. Mit der Hargone. Das haben wir erst zu spät bemerkt. Das ist ein Traitor wahr. Kommt man echt überhaupt nicht raus. Doch bestimmt mit einem Spartan-Kick oder so, ne? Ey, Fisk hat's immer aus mir abgesehen. Der Spartan-Kick. Machst du das sonst auch immer mit dem Bro? Ja, ich töte aber wenigstens. Grans hat an, Leute. Ich quäle erst. Jetzt geh weg mit der Mikrowelle. Hier stehen so viele Tassen, dass man die Original-Tassen nicht findet. Was ist denn da, Grans? Ich wollte gucken, was hier draufsteht. Es stehen immer drei unterschiedliche Farben. Außer eine der weißen Tassen wird zu dieser weißen Tasse, die wir suchen. Ah! Das ist einer verreckt. Scheiße. Penner. Das war ich. Penner. Das war auch ein Teamkill, deswegen Scheiße und Penner. Ey, Goro hat grad den Deadringer. Was? Oh! Nein, aber Goro hat bestimmt den Deadringer, oder? Da ist noch einer aufgefallen. Leute, Goro hat den Deadringer. Das war ich nicht. Das war Tano. Du hast dich geduckt. Ich hab Goro mitgebracht. Ich hab Goro mitgebracht. Er wollte dich treffen. Du tunst dich und guckst dich dahinter und gehst einfach voll ins Gesicht. Schon wieder. Ist das geil. Es ist unglaublich. Du leid. Dann ist Tautor der andere. Tautor. Du leid. Du leid. Ich wollte Fisch töten. Aber der hat sich geklappt. Wenn du möchtest, dass ich gehe aus Titel Töten und sag was da. Klar, Monster, was hat das denn da gerade? Mikro! Ne, ne. Du hast gar was anderes in der Hand. Der Magneto. Au, ey! Jetzt gibt's Rache. Warum kann man hier nichts aufsammeln? Selbst die Stühle nicht. Was für eine Kackmap. Kann man den up twirlen? Outworken? Geht nicht. Okay. Dann die Mikromälle. It's time to kill someone. Wir? Ne. Hier, den da. Den da. Häng die nochmal auf, die Pinata. Häng die nochmal auf, die Pinata. Wir hängen die anderen Pinata auf. Warte, warte. Durchs Büro. Achtung. Oh, weg hier. Ah! Wer fliegt denn hier? Ein Nefi. Weiter weg, muss ich ihn runterwerfen. Man muss ihn von dahinten runterschmeißen. Von ganz hier hinten. Was ist das übrigens? Kickt hier ne Uhr oder ne Bombe? Ey, warte. Ich hab Fisk gesehen. Fisk ist safe. Dalu auch. Okay, dann muss es Maxi sein. Schnappen wir uns, Leute. Schnappt ihn euch. Er ist in der Mitte. Ich bin jetzt auch in der Mitte. Vorsicht. Warte wieder, what the fuck? Nicht sinnlos eskalieren. Oh, ne. Bist du das? Ah, ne, das ist er. Ich wollte mit dem Mikro. Mach mich mit dem Mikro. Schön gemacht, Leute. Das heißt, random prop kills immer. Hä? Wo ist die denn? Weißt du? Weißt du? Die Runde kann ich wieder nicht hochladen. Natürlich. Das ist ja langweilig. Was ist, ey? Wo ist die langweilig? Hä? Du kämpfst doch sonst auf. Das war die beste Runde bislang. Goro hättest du? Beide mal. Natürlich kommt Goro. Warum nicht? Moin! Hallo! Was macht ihr hier? Ja, was macht ihr hier? Ja, was macht ihr hier? Wir brauchen einen neuen Goro. Revenge of the Mikrowell, ey. Ihr meint Mobi, oder? Mobi. Mobi. Mobi war gestern. Mobi war gestern. Prop kills. Ich bleib jetzt einfach hier im Server rauf. Allein. Ich nehm die Mikro jetzt und Fisk ist mein Opfer. Ja, ich bin Detektiv. Ja, gerade deswegen kann mir nichts passieren. Wollen wir Mobi wieder holen? Okay. Lass uns Mobi jagen. Mobi. 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 Hat Mobi immer auch nicht mehr gemacht? Wo ist Schmobi? Am Tauchen. Schmobi, Schmobi, Schmobi. Schmobi, Schmobi, Schmobi. Er ist untergetaucht. Oh. Guckt nur noch halb raus. Wo ist er? Oh! Rache ist Blut. Hey, warte mal, war da grad nicht. Mach dir voll die Unordnung. Mobi! Seidenschnübber. Fisk. Seidenschnübber. Da schmackt die Fisk. Der Fisk. Der Fisk. Was mit mir? Schmobi hat eine Plasma auf mich geworfen. Du verrückter Mongo. Warte, hier ist ein Mikro. Fisk. Warte. Ah, nein, okay. Ne, das ist die, das ist die. Und du schießt die rüber zu ihm. Ja, aber die Explosiven kamst ja nicht. Er kam zurück. Hey, da ist einer Toe. Ich darf nicht mehr. Da ist Mobi! Schnappt ihr euch! Da ist doch einer, nein! Tautau ist es. Alter! Wer hat einer mit einer Mikro gekillt? Nefi schießt nicht! Hä? Nefi und Tautau müssen es sein. Nefi schießt nicht. Das war es nicht. An mir vorbei ist Kranz und Tautau. Tautau ist es! Tautau ist es! Ja, Tautau, Tautau, sag doch mal an ey. Dann ist es Kranz. Aber es muss Nefi auch sein eigentlich. Schwangerschaftstest Nefi. Oh Gott, Nefi hat nicht bestanden! Ey, Tautau kann sich heilen! Muss aufpassen! Tautau hat einen Heel-Kit. Er hat meinen Heel-Kit. Tautau ist ein Dead-Ringer. Ja, ich weiß. Gibst du mir meinen Medi-Kit zurück, bitte? Ich weiß es auch. Gib mir doch meinen Medi, bitte! Lass die Tür zu! Heilen verboten übrigens! Denn das ist Sparta, Tautau. Lass ihn, lass ihn! Okay. Er ist nicht mit mir vor. Er soll sich erst hochheilen, sonst ist das unfair. Oh, das ist der. Lass ihn heilen! Lass ihn heilen! Ich hol doch nicht so viel Sparta. Das ist aus. Das ist aus. Das ist aus. Wie flappierst du noch? Gibst du mir meinen Medi-Kit kurz? Dann können wir uns beide hochheilen. Warte, lass mich mal zuerst. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich dachte, ihr schafft es ohne! Hey, Medi-Kit, Mann! Das ist explodiert. Das kommt vom Traitor. Ey, aber das war so eine geile Szene! Okay, warte. Lass mich erst. Oh shit! Oh mein Gott! Ich fand das mit Mobi schön. Letzte Woche oder so. Also hatten wir jetzt, glaube ich, schon eine Woche. Da hat noch keiner genutzt. Aber so geil. Warte, lass mich erst. Piep! Ich werde jetzt die Mikro wieder nicht mehr benutzen. Mikro, Mikro, Mikro. Die Mikro kam zurück. Ich hatte dich da kommen und dachte, wenn ich es rechtzeitig teile, kommst du genommen die Ecke und kriegst einen Dritter. Ja, stimmt. Könnte eine kurze Runde werden für Maxi. Die Mikro ist aber auch mit der stärkste Prop, ey. Das ist, weil die so handy ist. So handsome. Mr. Hanson. Mr. Hankey. Maxi macht wieder Stress hier. Ja. In de Laden. Nefi? Wo ist die Mikro? Weil der deete Props werft die Mikro. Hier auf die Mikro. Nein, nein, nein. Achso, du bist die Mikro. Du bist die Mikro. Nee, zu Nad. Das ist die See. Frisk! Hat du Mikro? Ich werde sie nur noch lupfen. 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 Oh nein! Dalu. Dalu hat ihn getötet. Ja, er lebt noch. Ich habe ihn nur gelupfen. Ich bin tot. Ich bin tot. Da, hier. Kaktus ist ein Mordversuch. Da war ein Giftnadel. Goro, Alter. Was denn? Den Kaktus hier hingeworfen. Mein kleiner grüner Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus. Wird er wohl noch erlaubt sein, einen kleinen grünen Kaktus? Dalu! Dalu ist es! Botzt da auch wieder. Nein, nein, ich wollte nur gucken, wer wegrennt Nefi. Das könnte gut, aber Botzt da könnte es auch sein. Die standen beide zusammen da. Ja, könnte ich auch, aber ich wollte wirklich gucken, wo er rauskommt. Werden Sie noch Hilfe? Er ist im Deadwinger, ne? Müssten wir einmal vertrauen. Wo ist Mobi? Bin hier hinten. Oh, bei mir. Dich! Ich habe Mobi. Mobi, Alter! Mobi, ey! Mobi und Willy waren's. Lass Mobi mich ruhig killen, ich habe ein Fate drin. Okay. Ja, sauber. Hey, hinter McFly wurde aber geschossen. Ah ja, der ist auch da hinten. Ah ja, mein Nefi schießt auf McFly. Oh, Mobi! Mobi! Krass! Mobi! Ich dachte erst, ich hätte McFly gedodged. Los, töte Nefi, McFly! Ah, Goro kriegt den Fate nochmal ab. Haha, Goro kriegt den Fate nochmal ab. Haha, Goro kriegt den Fate nochmal ab. Ah! 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 Also Goro hat heute noch keine Runde geholt, ne? Und war, glaube ich, 80 Prozent der Zeit Traitor, ey. Ja. Ja, aber ich wurde auch... Der Pass hat sich nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Genau, aber... In den 80 Prozent wurde ich auf 50 Prozent geprobt killt. Das bedeutet insgesamt 40 Prozent. Insgesamt bin ich dann also quasi 30 Prozent Traitor gewesen. Das stimmt. Die Rechnung ist... Ne, du wirst ja trotzdem 80 Prozent nutzen. Was denn? Ne. Hä? Da ist einer eskaliert. Oh, wer ist das denn? Direkt. DeFi. Shit. Ich hab keine Emotionen mehr. DeFi. Ich mach den! Mann! DeFi, Mann! Halt's Maul! Das ist mein Spruch! Ich hab Tautor... Nein, Tautor! Sorry, sorry, sorry! Alle jetzt sind hier... Maxi, Maxi! Los, Maxi! Ah! So, hat ne Runde geholt! Oh, ne Runde! Alle in dem Raum! Es sind alle in dem Raum! Ich hab in diesem Raum gestorben! Oh, Gott! Wollt einfach mal eskalieren jetzt, ey! Rastet einfach direkt aus, ey! Wolltest aber zum Glück ein One-Hit, sonst hätt ich schon welch früher gestorben. Ich hab ne Runde geholt. Aber auch gerade so... Druck sieht ja aus, dass ich gerade so alles gekonnt. Druck sieht ja aus und hängst dir an die Wand. Die pinne ich mir aus. McFly hat ja voll den Dance grad hingelegt. Come on a dance! Come on and slam! McDamn's, denk ich wenn du das willst, Maxi. Dada dadada madada Shabap en dada da da Mein Lied, deter... Das ist fu*** ... Ich möchte nicht, dass du das so verscham unsst... Wer ist all wieder mit der Mikro unterwegs? Ah, botz da alters! Das war n Morbversuch! Nein nein nein, ich... ich hab gesagt, ich nehm schon den Mikrowillim her. Mach! Wer ist es nah passiert? Oh, Nefi ey, das ist einfach der... Nefi, halt! Halt! Wie Halt? Nix Halt. Wow! Oh, Alter! Hättest du dir ja nicht denken können. Da hinten, da hinten, da, da! Lüß der Andere! Weg hier! Alter! Alter! Wo bist du? Nice! Wo bist du? Du läufst vor, der Gefi hat die Fässer angemacht. Nefi hat die Fässer angemacht. Ich hab aus Panik geschossen. Du hast alle getötet. Wie schießt man aus Panik? Ich hab auf Dalu geschossen und das Fass vor mir geformt. Auf die Fässer hast du geschossen. Wie können wir denn sterben? Das werd ich mir nicht bieten lassen. Dalu hatte ich Fass genannt. Ich hab auf Dalu geschossen und dann stand das Fass vor mir. Woher soll ich riechen, dass das Fass vor mir auftaucht? Jetzt ist der Kick real. Das war wieder so ne geile Runde. Die Fässer waren dann perfekt. Aber alle gucken in die andere Richtung und Dalu steht hinter dem mit dem Fass. Wie viele waren denn dann noch? Alle! Bestimmt vier! Da sind vier Leute an der Explosion gestorben. Drei. 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 Einen hatte ich ja geholt. Einfach drauf. Nefi. Eiskalt ist er. Drei hat Nefi gewonnen. Dass du dafür nicht gekickt wurdest. Eiskalt. 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 Keine Ahnung. Lassen sie das. War das nicht die letzte Runde eigentlich? Das ist jetzt die letzte Runde. Die war so schnell. Und er wartet schnell. Oh, ich hab sie gefunden. Nefi, jetzt noch mal ne Chance als Traitor nochmal. War ne gute Map. Könnt ja gleich einfach noch ne Runde auf der Map machen. Noch ne Runde auf der Map? Haben wir noch so ne ähnliche Map vielleicht? So was haben wir noch nie gemacht. Wäre nochmal voll eine gute Joke. Jetzt hast du's angekündigt. Das ist ja kein Joke mehr. Hey was? Ich hab dich eigentlich gehauen. Ja. Wieso hast du keinen Schaden genommen? Warum lebst du noch? Warum lebst du noch? Warum lebst du noch? Oh, das war Mordversuch. Ich hab ihn angeschossen mit einer Akimbo. Ja. Mit zwei sogar. One-Shot-Waffe. Mit zwei Akimbos sind die Hashtagsten Waffen im Spiel. Die Hashtagsten Waffen? Die Hashtagsten Waffen. Hashtagsten? Mit Twitter-Wetteran. Mit Hashtagsten. Der Maxi der Twitter-Wetteran. Alles kommt auf Twitter. Der hat schon getweetet. Mit Akimbo. Dual-Tweets. Da war 5.9. Ey, was soll die Scheiße? Geht nicht kaputt. Oh, 10 vor 2. Mittag. Oh, 10 vor 2. War mir da. Echt? Schon? Ist das nicht auf allen Uhren in Half-Life so? War das nicht so ein Gag? Doch, die sind alle 10 vor 2. Das sind in Half-Life, Mann. Hier haben die drei Uhren nebeneinander. Sind die dumm, oder was? Drücken. 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 Die ist nicht echt. Also, die ist echt. Also, die ist echt. Nicht echt echt. Echt, echt? Wie? Was jetzt denn? Hier, die Akten bis morgen fertig machen, Maxi. Welche? Die hier? Nichts da. Das ist Arbeitsverbeigerung. Messert ihn. Fiskus-Trailer. Das war doch gar kein Messer. Oder wie war das? Hast du das ein Messer? Messert ihn. Komm, spring auf die. Okay, komm. Tau-Tau. Tau-Tau? Detective-Befehl. Tau-Tau ist abgab. Detective-Befehl, die Traitor sollen bitte Maxi töten. Tau-Tau wird angegangen. Tau-Tau wird angegangen. Tau-Tau wird angegangen. Tau-Tau wird angegangen. Ja! Was ist hier los? Tau-Tau war angegangen. Rage quitt! Ich glaube, er hat gerade das Heimau-Tau. Ja. Oh mein Gott! Er wurde abgestochen und irgendjemand hat sich in die Hose getroffen. Ohohohoho! Maxi ist es! Ich bin da doch gerade wieder reingelaufen! Maxi! Maxi! Ich bin da doch reingelaufen! Bruder! Hey! Ich bin beider rumgeflogen. Oh Gott! Ich werde angegriffen von den Scheiß-Fisch- Oh nein, 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 nein. Hör auf! Triff dich nicht! Nein! Ahhhh! Maxi flieh! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tau-Tau-Tau-Tau!